hallo leute jetzt kommt mein video und zwar heute möchte ich mich heute entschuldigen für leute die auf meinen stream gewartet haben ich habe leider habe ich vergessen zu streamen es tut mir leid ich kann einfach nicht was soll ich dazu noch sagen es tut mir wirklich leid leute für die es wirklich wichtig war auf jeden fall aber morgen ich verspricht euch dass ich morgen auf jeden fall um 18 uhr streamen werde also nicht vergessen morgen um 18 uhr werde ich streamen ich hoffe ihr seid dabei so das war es dann mit diesem video ich habe es euch gefallen vergessen schaut mal andere wie es wird ja wenn es wird so dass abonniere mich es tut mir wirklich leid leute abonniere du hund abonniere du hund abonniere du hund abonniere du hund aktiviert die glocke klick auf die glocke ja ja Untertitelung des ZDF, 2020